Dies ist die 3D-Fewmaster-Geschichte Superman gegen Gangster-Automat. Als der Planet Krypton explodierte, überlebte allein ein Kind, das in einem Raumschiff auf die Erde kam. Es wuchs zu Superman auf. Das Geheimnis seiner Person war wohl gehütet. Man kannte ihn als Clark Kent, Reporter des Daily Planet. Der bestgehütetste Gegenstand auf Erden war das einzigartige Mondjuwel, das die Apollo 22 Raumfahrer auf die Erde zurückgebracht hatten und ein verbrecherischer Forscher Mikro plante es zu stehlen. Zuerst musste er Superman überlisten und unschädlich machen. Der böse Geist erfand einen großen Roboter, den Gangster-Automaten, der diese Aufgabe ausführen sollte. Wie es ihm beinahe gelang, das Mondjuwel zu stehlen und inwiefern der Gangster-Automat in verhängnisvoller Weise versagte und wie allein Superman alles in Ordnung bringen konnte, das wird hier erzählt. Als Krypton explodierte, überlebte nur Baby Superman. Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Als Teenager war ich Superboy und schneller als Kugeln. Bild 6 Als Clark Kent bat Superman um einen Reporterjob am Daily Planet. Bild 7 Er und Louis berichteten über die Eröffnung der Mondjuwelenhalle. Fiumaster Bildscheibe 2 Bild 8 Ein verrückter Forscher Mikro plante den Raub des Juwels. Bild 9 Gangster-Automat Mikros Roboter entwarf die Falle für Superman. Bild 10 Erste Stufe Louis Kipnappen Mikro spielte den Bankwächter. Bild 11 Bild 11 Die Röntgenaugen Clark sahen Louis gefesselt in der Steilkammer. Bild 12 Clark riss den Anzug ab und verwandelte sich in Superman. Bild 13 Superman brach die schwere Steilkammer-Tür auf. Bild 14 Aber während er Louis rettete, stahl Mikro das Geld. Piumaster Bildscheibe 3 Bild 15 Gangster-Automat entwarf den Plan, das Mondjuwel zu stehlen. Bild 16 Er begann mit einer Sprengung. Dadurch entstand ein Felsrutsch. Bild 17 Als Mikro das Juwel nahm, bohrte sein Roboter den Fluchttunnel. Bild 18 Bild 18 Blitzschnell arbeitete sich Superman durch den Felsen. Bild 19 Gängster-Automat schoss, aber die Kugeln prallten von Superman ab. Bild 20 Superman formte ein Magnet. Das Roboterprogramm war gelöscht. Bild 21 Zu Louis' Worten. Sie haben alle Aufregungen versäumt, grinste Clark. Wir wollen täglich neue Videos einstellen und wenn ihr keines davon mehr verpassen wollt, abonniert kostenlos unseren Kanal. Und drückt die kleine Glocke. Außerdem freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Wir wollen das erst mal ersetzen. 2 Im Glocke. 3 Vielen Dank.